Oh, ich trottel. So, da jetzt dann rechts. Was ist jetzt da? Nicht stören. Ja. Ja. Ich habe es gesehen, dass ich mich sehr leid. Ich habe es gesehen, dass ich... Ich habe... dass ich mich auf ein Datei oder so... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe nur noch... Ich habe... ... zu kaufen. Ich habe... Ich habe die Sachen, die die Leute am besten kaufen. Ich habe mir eine Art von einem guten Routen zu kaufen. Ah, da gibt es auch ein Buch. Ah, da gibt es auch ein Buch. Ich glaube, Tau hat ein Buch gefällt. Ich glaube, wenn man in diesem Ort kaufen kann, muss man ein Buch kaufen. um da o guck喜ぶと思うから 応援してるよ頑張ってネッパ t car Hahaha Ich habe es nicht mehr so ausgedeckt. Ich glaube, ich glaube, ich bin sehr gespannt, aber... ... ... ... ... ... ... ... ... Hast du einen schönen Buch gefunden? Ja, das ist das. Hör mal, Pati. Ich habe einen sehr懐chenen Buch gefunden. Das ist ein Buch von mir, als ich in klein bin. Ich habe das Gefühl, dass ich mich interessiert habe. Das ist das, was ich. Hast du gedacht, dass es so interessant ist? Oh, oh. Ah, fuck. Jetzt ist doch gerade gut angegangen, du dämlicher Mistkerl. Warte mal, hab ich denn da eigentlich was anderes machen wollen? Achso, nee. Ach scheiße, die dämliche Kiebesbande. Oh, Riser, hey there. Hey, dolaria? Hört sich an, wie wenn's eine Malaria hat. Andere Variante. Let me introduce you to our latest member. She says she came from an island far, far away. An island? Hey, come on out. It's Pamela Ibis, our newest rookie. What? Pamela? Oh, hello, Riser. Oh, you two know each other? Good, so they make it easy. She said she wanted to join us. Pamela? Do you have any idea what these people are? Huh? No, not at all. I was telling everyone about my pudding and I was to end up here. Ugh. Anyway, you look after her, won't you, Riser? Huh? Someone just dropped something. Okay, Riser, go and grab it and you know what to do and ride. Huh? Why me? Why don't we all go together? Pamela just watched what Riser does. Okay. Okay, I'll ride Riser now. Oh, okay? This is some kind of test, but why? The money belongs to that girl, right? So once I picked it up, there is only one thing to do. Eh, deliver girl's lost item. Is there? Oh no, my money. It's a new kid. Here, I found this over there. Great, that looks all of it. Thank you so much. So, Riser, where's the money you found? Huh? I gave it back to the girl who dropped it. Nice way to go. Well done, Riser. Eh? Eh. A lot of people get a wrong idea about what it is we do. We never steal from Zuzu in need. That's right, we only go after people who cause trouble for others and also enchant treasures. We also try to give back to the community, that us, the DeLarion bandits. Also, we have gotten to do anything like that, at least as long as I've been a member. Oh, oh. It's probably because your name is giving everyone the wrong idea. Oh my, that's wonderful. You're just like, we're coming shows. Anyway, now that we've got ourselves a new member, let's call it a day. Yes, ma'am. Sure. Ah, I'm glad nothing bad happened, but why did they force me to pick up that money? And how'd Pamela get involved? Oh no, does she not understand the bandit part of the name? Also, I guess I'm the same boat. I feel like I'm maybe Saga not so bad. Uh, that's clear. Okay. Oh! etas . Maido. Nein, nicht den blöden Tisch. Limited. Das ist alles so limited, Mann. Nee, woher gehen wir? Geh mal jetzt hin. Das ist nochmal was. Woher gehen wir? Das ist Netsi. Das ist hier auch noch. Hä? Irgendwer will hier was. Die andere? Nee. Das ist schon sie. Oh, doch. Da bin ich doch vor den Geräten. Da war doch nichts. Ja, ja. Riza ist ein sehr grosser Auge. Riza hat uns dafür verpackt. Aber ich habe sie mir verpackt. Aber das war schon das andere店ie. Das wurde mir so aufgegeben. Dann habe ich mir das zu compares und Was ist der Nächste? Ich bin echt ein Gerät? Wir haben immer noch Fragen, aber es ist ein gewisses Bezug. Das ist so. Ich habe mich alles gefühlt. Ich habe mich sehr überlegt, dass ich mich sehr aufgeregt. Ich habe mich sehr aufgeregt. Wenn ich mich nicht in der Stadt, aber ich habe mich nicht mehr überrascht, dass ich mich nicht mehr überrascht bin. Was ist das? Okay? Romy-san! Ihr wollt mein Korn-Exchange schnell. Dann ist dieses Logo über dir voll der Beschiss, oder? So, jetzt haben wir das auch. Ein anderer Bandit. Okay, los! Woher? Hier steht auch nur den ganzen Tag da und belästigt irgendwelche Leute hier, oder? Also gut, eigentlich den Typen, der wo hier ist. Halt, warte, das ist die alte. Ähm... Fuck, jedes Mal der falsche Knopf. Ah, da unten ist es. Das ist wahrscheinlich die Pamela. Oh, Zephina ist mit Rui. Hm, ich glaube, das ist wahr. Hey, was gehts? Oh, hey Risa, ich war einfach mit Rui. Say, warum du nicht ask, Risa? No, no, Risa kann ich nicht. Sie ist bereits ein Teil unserer Gruppe. Hä? Was waren wir schon mit Rui? Oh, sorry. Jerry was trying to submit a job request with me, but... For the client, he's written down the Dolorium Bandits. Yes, that's right. You don't see the problems. The only people who would accept your job are other Bandits and total nutjobs. She's right, nobody in the right mind would take a job from someone with the words Bandits in the name. Well, we're trying to avoid drawing too much attention to ourselves, so this is perfect for us. And anything, it draws more attention. If anything in the Capital Security Force sees it, you'll be in big trouble. Why don't you guys just change your name? You think it's so easy? Okay, let's hear your suggestions. Well, let's see. How about Bandits of no Bandits? A band of no Bandits. Huh? Eh? It was the first thing that came to mind, huh? What about some, like, secret Agent Rui? Oh, wee. Uh, no, it's fine the way it is. I'm not changing a signal letter, Zephine. Ah, I was so close. Thanks for trying, Ryze. I don't think anything could have changed his mind. But what with that last thing you said? Ah, don't worry about it. Just blurred out whatever popped in my head. I have to go now. Oh, really? Okay, they'll come back again any time. Why did I say that it was so weird? Huh? A easy solution, but Rui was being stubborn about the whole thing. Ach so, yeah, that's the last thing. Der Typ he is Rui. Where are you going? Where are you going? Yeah, yeah, yeah. Where are you going? 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 Oh, Ryze, I'm glad you're here. Hi, Deloria. Listen, Ryze, do you know how to make bombs? Well, yeah, but what do you want a bomb for? I can tell you, not until the time comes. But if you can, please make me a big one. Oh, okay. Stimmt, ich hab da drei gemacht, ne? Hab ich drei gemacht? Ich hab keine Ahnung. Hier haust einfach eine. Bro, what do you ask for, Deloria? Oh, thanks. Hmm, suddenly looks like a real bomb. It's strong just like you asked, so please handle it with caution. Don't worry. I got plenty of experience with stuff like this. Thanks, Ryze. I'm sure I'll ask for more help later on. Hmm, okay. What are you planning to use it for? Nothing too awful, I hope. No more irgendwo. Okay, then we should have to find a boss. Hey, Ryze! Huh? Dao? WTF, Alter? Wie kann der plötzlich hinter einem stehen? Der kommt ja nicht immer anglaufen oder so. Ah, das war gut. Ich suche auch Dao. Die musst du direkt an ihm vorbeigelaufen sein, wenn er plötzlich da steht. Ich hab ihn gefunden. Huh? Ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Wirklich? Ich hab ihn nicht so lieb, oder? Ich hab ihn gefunden. Ja, ich hab ihn nicht gesehen. Ich weiß, dass ich nicht so lieb. Aber ich kann das nicht so lieb. Ich weiß nicht, dass ich die Möglichkeit habe. Okay, ich bin bereit. Tau, ich bin bei Patty und Lent. Ich bin bei Claudia und ich bin bei Claudia. Ich bin bei Claudia und dann, wir kommen in das Atelier. Ich weiß, was ich. Ich weiß, was ich. Ein neues Haus, dass ich die Arbeit für Fee zu helfen kann, es was, wenn ich mich finden kann, aber... Die Schrauben sind in den Schrauben, die in den Schrauben schlussendlich aufgelistet sind. Sie sind aus dem Schrauben, die sich ein paar Mal aus dem anderen Schrauben schlussendlich aufgelistet. Das ist... zwei? Was ist das? Genau, das ist so. Ich habe mich auch am Anfang sehr beeindruckt. Wie soll ich das eigentlich einmal zwei Schrauben verstanden? Nein, das ist gar nicht so. Aber es ist nur ein Stück. Und wo ist das neue Gebäude? Das ist der Ort des Oortes. Der Ort des Mordes aus dem Kaido. Da gibt es noch ein Gebäude. Hä? Was ist das? Ja. Aber wenn es wirklich ist, dann gibt es noch jemanden auf dem Weg. Das ist ein Gefühl, dass er etwas verdammt ist. Wie ist das noch ein paar Hände? Sie sind noch nicht beendet worden. Ich glaube, ich denke, dass ich es nicht mehr so weit überrascht. Ich kann es nicht mehr so weit überraschieren. Ich kann es nicht mehr so weit überraschieren. Und ich habe es ein Handvoller, was ich gefunden habe. Wenn du dich nicht so weit bist, dann kannst du dich nicht mehr so weit überraschieren. Lent? Entschuldigung, ich bin ein wenig. Ich möchte mich über die Füße über die Füße sprechen. Ich bin eigentlich, die Ampel und Lila sind in der Atelier gekommen. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Was ist das? Das ist wirklich. Ich bin ein von einem anderen von dem 2. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Vielleicht hast du das nicht so, was ich nicht so gemacht? Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich kann nicht so, dass P.ちゃん. Das ist okay. Ich werde nicht so, dass ich mich nicht verletzen. Ich werde mich unbedingt sagen. Ich kann mich nicht mehr überlegen, wenn ich das Schlauch habe, dass sie gut sein können. Dann können wir ihn nicht mehr holen. Wenn ich dich helfen kann, dann kann ich nicht so gut sein. Genau, ich bin ein sehr wichtiges Schlauch. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin von meinem Leben. Ich bin ein Mensch, der sich für die Welt umgebracht hat. Ich bin ein Mensch... Ich bin ein Mensch, dass ich hier verabschiede. Ich bin ein Mensch, dass ich mich für die Welt zurückkehren will. Ich habe einen Weg in der Zeit, wo ich mich für die Welt suchen. Ich bin ein Mensch, aber ich habe keine Probleme. Ich danke, alle. Wenn ich so決定, dann kann ich mich für die Welt umgebracht. Gehen wir an! Ohhhhhhhhhh! Woher geht es? Wir gehen hier hin! Stimmt, da ging es doch hinten weiter, ne? Warte mal, wir können da mehr Scheiße sammeln, ne? Oh, was ist denn das? Medium-Medicine. Oder Medicine. Medizin. Was gibt es hier? Äh, selben Scheiße wie immer. Das ist ein Schnapp. Das ist ein Schnapp. Das ist das, das ist das. Es passt schon, dass wir mal wieder zurück mussten. Da können wir wenigstens... Äh. Da gibt es wieder bloß zwei Sachen. Uh, Bomberot. Burnash. Wow, Alter. Äh, gehen wir einfach weiter. So. Das ist ein Bug. Immer diese Bugs. Der ist eigentlich von mir weg. Feige Sau. Schön einsammeln. Spirit-Isoport brauchen wir nämlich noch einige. Weil diese elenden Mistkerle ständig sowas wollen. Ja, lauf nur weg, ihr Schweine. Na, da gibt es auch noch den selben Scheiß. Warte mal, so geht es doch schneller. Ich muss mich bloß daran gewöhnen, dass ich das so mache. Äh. Hä, ist der jetzt weg, oder hat er mich verfolgt? Was ist das? Oh nein. Ah, Glück gehabt. Achso, er ist immer noch Burnash. Ich bin ein Trottel. Das ist eh zum Aufheben bloß. Äh, die interessieren sich jetzt für mich nicht. Die bleiben da stehen. Gibt es eigentlich irgendwas Neues? Oh, warte, da gibt es das da. Das ist ein Mord, ja nie. Hier ist doch ein Fragment. Achso. Dark Crystal. Hwerst du eben nicht? Hier ist das hier drastisch. Ja. Ja, ich glaube, dass ich hier bin, wenn ich den Weg nach oben gehe, ist es so, dass ich hier bin. Ich will das jetzt mal probieren. ... 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 Wie hast du das gemacht? Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen interessiert. Ampel? Was hast du mit Fii-chan gesprochen? Ja. Ampel-chan hat sich etwas verletzt. Was war das? Was war das? ... 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 Das war's, Claudia! Ich habe etwas gesehen! Los geht's, Claudia! Ja! Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Das ist ein Schaaf. Ich fühle mich von der anderen Seite. Ich fühle mich mit diesem Schaaf. Ich fühle mich so, was ich. Ich weiß, dass ich nicht so, was ich. Aber ich weiß, dass ich nicht so, was ich. Riza, kann ich es? Hä? Ich kann es nicht so, was ich. Es ist schwierig, aber ich fühle mich an, wenn ich mich überraschere. Wenn ich mich überraschere, was ich? Ich weiß es nicht, jetzt wollen wir nie so hauen. Wenn man irgendwo großartig ist, dann... Wenn du mit den Händen auf den Händen hast, ist das okay? So. Dann... Ich bitte. Was? Ja, schau dir! Was? So! Ich hab's, glaub ich, auf der anderen Seite auch, ne? Hier gibt's wahrscheinlich noch einen von dem Meer. Oh, wieder Haufen zum Eintauschen. Ich hab's gedacht, wir müssen jetzt was synthetisieren. Hey, woher geht's? Ich hab's gedacht, ich hab's gedacht. Growing trees, green tree seedling. Hä? Was? Warum green tree seedling? Warte mal. Ich will noch schnell was machen. Was machen, machen, machen. Wo ist denn das da? Ehm, ich hab's eigentlich gemacht. Ja, doch, ich glaub, ich hab's erweitert, ne? Ja. Okay, Gathering ab L und so hab ich alles. Nice cutting. Capable cutting. Wie schaut's eigentlich mit ihrem Netz aus? Hab ich das erweitert? Ja. Das hab ich glaube erweitert. Ja, Effekt 2 Gathering ab L. Ja, die hab ich alle gemacht. Was ist das hier jetzt denn eigentlich? Eatables, General Goods. Ach, keine Ahnung. Synthesize a bridge. Great tree seedling. Plant seeds. Nectar. Okay, Nectar und plant seeds kann ich machen. Warte mal, was sind plant seeds? Grass beans. Fish oil, dry biscuit. Mystic rope. Strahlpillage. Rätselluft. Warte mal, es könnte hier sein. Zettel. Pearl crystal, driving water. Enforcement Zettel. Huni charm. Creamery fluffy tail. Small clock. Vestal art. Poonie leather. Salt. Mystic liquid. Delphi rose. Dry powder. Meltstone. Alchemy paint. Golden oil. Poison cube. Astral donut. Sawny embranths. Heavenly string. Water seeds. Stone seeds. Was brauch ich? Plant seeds, glaub ich, ne? Great tree seedling. Achso, ja, das war plant seeds. Wie mach ich plant seeds? Warte, das sind plant seeds, Mann. Woher wir sie in die? Pfff, mach einfach mal. Low quality. Super, das ist ja auch. Super, das ist ja auch. Super, das ist ja auch. Das ist ja auch. Super, das ist ja auch. Super, das ist ja auch. Was ist das ja auch? Warst du, was du da? Warst du dir? Warum, was das nicht so gut auf? Was ist das ja auch. Wenn du davon auf bist, ist das ja auch?! Ja, ich kann immer noch etwas, was du da. Fiii... Un? Fiii... Haai! Haaiiii... Fiii... Oh, dieglocke kommt zum Beispiel mich so. Ich werde den Runden aufwarten, um einen Ereignissen zu machen. Wow, Fii! Was hast du da? Oh, ich treffe wilde,icorninde bou presses auf Nr. Ich bekomme den Stein, wie ist See Seiya's aufgerichtet? Oh und wenn es was Kibel wurde, wurden Sie wirklich tot. Ja, dann fanden Sie wieder, derhaftende Energie der Hochschule Dramatik sagte, id Regina auch, damitiayan ist das Gl destroy. Danke. Danke, Fii. Ich habe mich sicher nicht mehr verletzt. Fiii! Aber mit dieser Situation kann mir auch Fii ein bisschen will ich euch sagen. Fiii! Fiii! Danke, Fii. Okay. Deliver Seeds? Ich glaube auch irgendwas, glaube ich, ne? Äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich brauche. Wo war's denn? Great Tree Seedling. Sapling Branch. Äh, wo gehe ich denn den wieder her? Kann ich den barbeln? Äh... Sapling Branch. Stone Seeds. Okay, 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 warte, 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 jetzt müssen wir nachschauen, jetzt müssen wir nachschauen. Äh, was habe ich eigentlich beim Skilltree noch üblich? 1200 noch. Äh... Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Achso, ja, geil. euhh... Alles klar, dann gehen wir mal kurz ein bisschen sammeln. Keine will der Outskirts. Gehen wir gleich mal in den Forrest rein. Da gibt's dann auf jeden Fall nicht. Zack, zack, zack. Da gibt's den auf jeden Fall nicht. Auch nicht. Oh, kriegt eine Federn mit dazu. Mammonoshu ist ein wirklicher Punkt, aber...